hallo und willkommen zur nächsten showcase hier bei der grünen horde heute die halo flotten das ist das was man in der starter box erhält also die fall of reach box zu halo fleet battles von spartan games in summe seht ihr hier natürlich die gesamten sachen jetzt bemalt 27 fregatten vier marathon cruisers und den epoch carrier ich habe auch die würfel als trennlinie dargelassen und auf der covenants seite dann einmal der heavy cruiser zwei battle cruisers und 14 corvetten zwei davon hier als supporter eingesetzt und der rest in formation mit den corvetten dazu noch die commander karten von rober utame und fleet admiral stanford hier michael stanford und die jeweiligen command da ist es die haben wir jetzt mittlerweile bemalt und wenn ihr hier unserem kanal gefolgt seid habt ihr auch die spiele damit schon gesehen jetzt sind sie tatsächlich alle fertig und auch die englische varianten sind durchgespielt wir werden auf deutsch noch die fehlende missionen nachtragen und dann mit den carryern weitermachen die ja demnächst erscheinen werden so nochmal hier der überblick so schaut das ganze aus zum jetzigen zeitpunkt und dazu werden jetzt sicherlich noch die modelle aus der carrier box kommen und dann vielleicht noch mal ein zwei erweiterungen und wir werden auch die anderen overlays demnächst hier im einsatz sehen den weiteren schiffen wobei für die spiele wahrscheinlich nicht viel mehr verwenden werden als wir hier jetzt sehen sonst wird uns das einfach zu lang hat mich gefreut wenn ihr zugeschaut habt bis zum nächsten mal